Diese Bilder gingen um die Welt. Im Ural rast ein Meteorit am Himmel vorbei, bevor er einschlägt. Die schier unglaubliche Szene dauert nur wenige Sekunden, doch sie wird von Dutzenden Amateur-Kameras eingefangen. Gedreht wurden die Bilder aus purem Zufall. Von Autofahrern, die gerade unterwegs waren und ihre Bordkameras laufen hatten. Denn Bordkameras sind in Russland ganz groß in Mode. Damit kann man in Ruhe unterwegs sein. Sie schützen gegen Leute, die einem bei inszenierten Unfällen die Schuld zuschieben wollen. Das passiert bei uns oft. Oder Fälle, bei denen die Polizei ihre Rechte überschreitet. Streit ums Recht, das ist der Grund für den Erfolg der Bordkameras in Russland. Alexej Duzorov hat erlebt, wie wichtig ihre Bilder sein können. Vor einem Jahr hatte der Moskauer einen Unfall mit seinem Motorroller. Die Kamera an seinem Hals hielt alles fest. Eindeutig ist zu sehen, dass er bei Grün fährt. Ein Autofahrer kommt von links und nimmt ihm die Vorfahrt. Wenn ich das nicht aufgenommen hätte, hätte man mir die Schuld an dem Unfall gegeben. Und ich hätte die Reparaturen an dem Auto und an meinem Roller bezahlen müssen. Als ich das Video zeigte, war klar, dass ich bei Grün fuhr und Vorfahrt hatte. Also bekam der Autofahrer die Schuld zugesprochen. Und seine Versicherung zahlte die Reparaturen. 30 bis 200 Euro kosten solche mobilen Kameras. Eine Million wurden in Russland vergangenes Jahr verkauft. Das waren fünfmal mehr als noch ein Jahr zuvor. Für diesen Wissenschaftler ist der Erfolg der Kameras vor allem der Misserfolg der Behörden. Denn den trauen die Russen nicht. Die Leute fühlen sich nicht sicher. Sie haben das Gefühl, wenn sie einen Unfall haben, findet die Polizei nicht heraus, wer die Schuld hat. Sie wird versuchen, denjenigen zu bestrafen, der keinen politischen Einfluss hat. Oder denjenigen, der am wenigsten Schmiergeld zahlt. Vor Gericht zählen diese Aufnahmen nicht als Beweismittel. Aber in der Praxis bremsen die Bordkameras Willkür und Korruption bei den Beamten. Denn die Spione der Straße haben schon zahlreiche Skandale gefilmt. Die Behörden wollen sie jetzt verbieten lassen.